und um Semi-Kolon B Sicherheitskorridor Erste Kämpfer des radikal-islamischen Rebellenbündnisses Hayat-Tari Al-Sham haben Berichten zufolge das syrische Rebellengebiet Ostguta über einen Sicherheitskorridor verlassen. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte verließen 13 Kämpfer von Hayat-Tari Al-Sham, HTS, am späten Freitagabend mit ihren Familienteile Ostgutas, die sich unter der Kontrolle der ebenfalls radikal-islamischen Gruppe Chaj Al-Islam befinden. Trotz andauernder Kämpfer erreichte unterdessen zum zweiten Mal binnen einer Woche ein Hilfskonvoi die schwer umkämpfte Region. Die staatliche Nachrichtenagentur Sahne berichtete, dass eine Gruppe von Kämpfern das Gebiet über einen Sicherheitskorridor Baalwar für den Verlassen habe. Das syrische Fernsehen zeigte Aufnahmen von Menschen, die einen Bus besteigen. Die deutsche Presseagentur erfuhr aus regierungsnahen Kreisen, dass vier Busse am späten Abend in der Gegend um Dümmer angekommen seien, um Kämpfer und ihre Familien nach Idlib im Nordwesten des Landes zu bringen. Chaj Al-Islam hatte zuvor von einem Übereinkommen mit den Vereinten Nationen und anderen Organisationen berichtet, dass es den HTS-Kämpfern erlaube, die Gegend zu verlassen. Dort soll es etwa 240 Kämpfer des Rebellenbindnisses geben. Zuvor waren 13 Lastwagen mit Lebensmitteln für 12 000 notleidende Menschen in der Stadstumme eingetroffen, wie eine Sprecherin des UN-Nothilfebüros Ocker erklärte. Allerdings beklagten die UN, Beschuss habe die Hilfslieferung bedroht. Trotz Sicherheitsbedeuerungen der Konfliktparteien, darunter auch Russland, sei die Gegend weiter beschossen worden. Ocker zufolge brachte der Konvoi der Vereinten Nationen, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, IKRK, und des syrischen Roten Halbmundes Hilfsgüter, die am vergangenen Montag nicht hatten abgeladen werden können. Die erste Lieferung Anfang der Woche musste wegen der heftigen Kämpfe um das Rebellengebiet abgebrochen werden. Eine UN-Sprecherin bestätigte der deutschen Presseagentur, dass alle Mitarbeiter das Rebellengebiet am späten Freitagabend wieder sicher verlassen hatten. Ostgutha vor den Toren der Hauptstadt Damaskus gehört zu den letzten Gebieten in Syrien, die noch von Rebellen kontrolliert werden. Die Region erlebt seit Mitte Februar die schwerste Angriffswelle der Regierung seit Beginn des Bürgerkriegs vor fast sieben Jahren. Aktivisten zufolge konnten die Armee und Verbündete mittlerweile mehr als die Hälfte des bisherigen Rebellengebietes annehmen. Rund 400 000 Menschen sind in Ostgutha seit 2013 von der Regierung eingeschlossen. Die humanitäre Lage ist katastrophal. Es fehlt an Nahrung, Trinkwasser, Medikamenten, medizinischen Gütern und Strom. Seit Beginn der Offensive vor gut drei Wochen sind Ärzte ohne Grenzen zufolge mehr als 1000 Menschen in dem Gebiet getötet worden. Eine vom UN-Sicherheitsrat geforderte 30-tägige Waffenruhe für ganz Syrien ist in Ostgutha ohne Wirkung geblieben. Die Gewalt geht jedoch während einer vom Russland angeordneten täglichen fünfstündigen Feuerpause zurück. Hilfsorganisationen beklagen allerdings, die Zeit reiche für Lieferungen nicht aus. Russland ist eine der wichtigsten Verbündeten der syrischen Regierung. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite.